Herzlich Willkommen zurück zu Twin 2. Wir sind die Helden, wir sind ein Magier, ein Dieb und ein Baba. Wer sich jetzt über den Dialog wundert, wir sind jetzt am Ende von der letzten Episode. Wir sind hier falsch. Diese Ganswolke, sie stinkt nach Tod. Bleib besser weg von ihr. Okay, sind wir am Ende von der letzten Episode sind, wenn der Bumi begegnet. Ja, das ist jetzt sehr gut. Er schwindet wieder weg. Und hier in der Soppe sollen ihre Schwester finden. Ja, sie hat mit uns gesprochen. So ist er mal schneller. Sohn, wie wir hier sehen. Also wenn wir sie nicht sehen, können wir sie schauen. Wir schauen uns zum Beispiel auf dem Land. Sohn wie sie fliegt ein bisschen. Oh, genau. Wir schauen uns Essen nach. Wir schauen uns den Augen. Oh gut, wir kommen. Sohn Junge, wohnen wir. Wir schauen uns an die Augen. Oh, ihr seht. Also gibt es das Wasser. Das war's für heute. Okay, dann führt die Gedichtsseite, das Dunkelmoor. Das war's für heute. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Jetzt sind wir noch der einzige Überlebende, der Magier Die Magier Zitzen. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh nein, das war jetzt eine komische Lösung Aber das war es hiermit auch für diese Episode Ich hoffe, ich schreibe auch das nächste Mal wieder ein Wenn ich versuche, irgendwelche dämlichen Grätzle zu lösen Und diese Schwester von dieser Blume zu finden Dann bis zum nächsten Mal Tschüss, eure Lappes